And when love is dead, I'm loving angels instead, and through it all, she offers me protection, a lot of love and affection, when I'm right or wrong. Dass ihre Jugend wiederkehrt. Und als einer von Millionen stehe ich hier und schaue nach oben. Another soul to love. Let this be our phrase. Let this be our... Hallihallo, mein Name ist Volker Dümel. Ich bin Sänger und ich bin Vocal Coach, also Gesangslehrer im Bereich Rock, Pop, Gospel und Jazz. Und ja, vielleicht bist du Sängerin oder Sänger, möchtest weiterkommen auf deinem Weg als Sänger. Wie singt man hohe Töne? Wie singt man tiefe Töne? Wie formt man seine Vokale? Wie geht man mit der Luft um und vieles andere? Also singen ist ein sehr weites Thema. Der müsste bei mir genau richtig, weil ich bin seit über 30 Jahren auf der Bühne als Sänger tätig. Und von daher kann ich dir sicherlich viele gute Tipps geben. Vielleicht bist du aber auch Anfänger. Du hast noch gar keine richtige Ahnung, was überhaupt los ist, wie du die Töne findest und so weiter. Also auch für dich gebe ich gerne Gesangsunterricht. Ich komme aus Elahob, das ist in der Nähe von Pindelberg und Elmshorn. Also wenn du hier irgendwo in der Gegend wohnst oder auch in Hamburg wohnst, dann können wir gerne die ein oder andere Session hier machen. Ich würde mich freuen und schreib mir gerne eine E-Mail oder ruf mich gerne an. Okay, ich freue mich auf dich. Bis dann. Tschüss. I'll be there. I'll be there. I'll be there. I'll be there. Meu Gott, wenn meine Worte und dich surrounden, I'm so glad I found you, yeah. I'll be there. I'll be there. I'll be there.